In der aktuellen Ick-Welle, der weißen Windwelle, geht es um die Kraft des Geistes und der Inspiration. Da geht es um Ideen, da geht es um Vorsätze, da geht es um ein Freischälen und Entwickeln von Strukturen, die wirklich auch dienlich sind. Und Strukturen klingt dann oft noch etwas Altem, noch etwas, was verfestigt ist, wo wir einfach erleben, dass sich eben Strukturen und Systeme nicht verändern. Und doch steht Ick da viel mehr für das, dass sich das eben verändert, dass es darum geht, etwas Neues hineinzubringen. Und das ist die Einladung für dich in dieser Zeit vom 12. bis zum 24. September. Und einmal mehr sei auch da eingeladen, deine bewusste Intention für deine Kreativität, deinen kreativen Ausdruck, deine Ideen und das, was du einmal mehr auch im Leben verändern möchtest. Und das beginnt tatsächlich im Alltag, dass du dir da eine Intention, eine Absicht setzt und das vielleicht wirklich auch mit dem Neumond am 15. September. Das ist um 3.39 Uhr. Du kannst natürlich, das mache ich manchmal tatsächlich, genauso diese Zeit aufstehen, schauen, dass du da diese kurze Anleitung auch machst. Ich habe eine Neumond-Spürenleitung auf YouTube, die findest du einerseits eben in meinem Kanal, aber auch hier, wenn du es über Telegram hörst, kannst du es dann direkt in der Beschreibung auch anklicken, beziehungsweise eben auf YouTube gibt es es unten in der Videobeschreibung. Ja, und was mir mit ich ganz, ganz unbedingt der Bedürfnis ist, dir zu sagen, und ich sage es immer wieder gerne, auch gerade in der Arbeit mit den Menschen, es gibt einen Grund, warum genau du in dieser Zeit geboren bist. Und das, was du verkörpern kannst, ist das, was dich ausmacht. Und alles, wo du irgendwie jemand anderer bist, dich zurückhaltest mit Gedanken, mit Handlungen, mit Emotionen, um sozusagen nicht abgelehnt zu werden und um dich einzupassen, anzupassen, ist das ganze Gegenteil davon, wofür eben auch ich steht, wenn es darum geht, etwas Neues hineinzubringen und dadurch eben auch Strukturen aufzubrechen, um wieder neue Strukturen zu finden. Deswegen ist ja zum Beispiel auch gerade in dieser Zeit das Entrümpeln eine volle wertvolle Sache, ob jetzt am Handy irgendwelche Fotos, am Computer irgendwelche Dateien oder eben auch tatsächlich im Schrank irgendwelche Kleidung. Ich meine, das bietet sich an, jetzt ist der Herbst, der Sommer ist vorbei, manche Sachen sind vielleicht wirklich schon abgeschnudelt und es ist die Frage, ob die wirklich noch da einmal so ein ganzes Jahr lang im Schrank irgendwie verbleiben und irgendwie Energie binden und du in Wahrheit jetzt schon weißt, dass du das nächste Jahr nicht mehr anziehen wirst. Und vielleicht ist es auch eine Einladung, für mich war es das auf alle Fälle ganz stark, wie mir meine Freundin, die Daniela Hellenberger, da gibt es ja auch ein Video zum Feng Shui auf meinem YouTube-Kanal, weil das finde ich ganz, ganz wertvoll, wie wir auch eben unsere Umgebung dafür nutzen können, unsere Energien zu stärken, uns zu bestärken. ist es eben auch so mit dem Entrümpeln, dass das so wertvoll und wichtig ist, weil es eben auch Energie bindet, wie schon gesagt und dieses Bild, dass alles, was dir gehört, jedes einzelne Teil mit dir wie mit einem roten Faden verbunden ist. Puh, da ist die Frage, ob man das wirklich alles, alles so haben möchte und bei mir ist jetzt nicht nur durch diese wohnliche Veränderung war viel Entrümpeln, viel Weggeben, viel Umsortieren auch schon da, aber es gibt immer noch was und das ist das Ding. Nutz diese Zeit wirklich auch für ein Ordnung machen, für ein dich neu hinspüren und auch das hat die Daniela mal gesagt, das finde ich super und ich weiß nicht, ob du das nicht eben auch für dich einmal so ein bisschen hinterfragen magst, nämlich auch, wenn du nicht umziehst. Nachdem das Leben sich immer verändert und wir uns verändern, ist es natürlich auch mehr als sinnvoll, auch das zu verändern, wie wir leben, wie wir wohnen, unsere Umgebung zu verändern und manche kaufen halt dann einmal im Leben alle Möbel und auch alle Deko-Gegenstände und das muss dann irgendwie bleiben, die nächsten 20, 30 Jahre. Und das entspricht uns in Wahrheit gar nicht. Und es geht jetzt auch nicht darum, dich in deinem möglichen Konsum, den du vielleicht eh, wo du merkst, da könntest du reduzieren, dich da zu motivieren, ganz und gar nicht. Also ich bin überhaupt kein Freund von Konsum und irgendwie kaufen, kaufen, kaufen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Also ich habe wirklich auch, meine Sachen gebe ich ganz viel, eben auch Online-Plattformen, will haben zum Beispiel, oder wir haben da eine tolle Gruppe bei uns im Möbeling. Auf Facebook gibt es eine Gruppe, die nennt sich Share & Care. Vielleicht gibt es das ja auch irgendwo in deiner Umgebung. Also ich weiß auch, Share & Care Baden gibt es, das ist ein Nachbarbezirk und wir haben da eben so eine Austauschgruppe. Es gibt auch Online-Flohmärkte, whatever. Und ich habe echt viele Dinge einerseits auch verschenkt und mich an dem erfreut, was da für Freude ist, wenn die Menschen das dann eben auch brauchen können und auch das eine oder andere wirklich verkauft und dadurch irgendwie so extra Geld in meine Geldtasche hat gehabt. Das finde ich auch super. Und das Ding ist, wir verändern uns einfach. Und in Wahrheit, die Idee ist, dass du einmal mehr dich freischälst zu dem, wer du bist. Weil das ist die Idee des ganzen Maya-Kalenders. Das ist auch meine Motivation, warum ich überhaupt diese Audios auch mache. Für mich ist es eindeutig klar, eben nicht nur, dass es einen Grund gibt, dass du in dieser Welt geboren bist zu dieser Zeit, sondern weil du eben auch gewisse Aspekte, Talente, Fähigkeiten mitgebracht hast, Sichtweisen mitgebracht hast, die eben der Welt dienlich sind, so wie sie jetzt ist und wo es auch um Entwicklung, um Veränderung geht. Und bei all den vielen Parallelwelten, die es in Wahrheit ja auch schon gibt, geht es darum, in dieser Welt, wo ich da meinen Fokus ausrichte und dich einlade, eben auch Wahrhaftigkeit zu leben, Qualitätvolles mit- und füreinander zu leben und einfach auch neue Systeme zu entwickeln. Und da ist eben ich wunderbar. Und neue Ideen, es ist halt wirklich auch so, es macht halt auch Spaß, wenn du jetzt hergehst und sagst, du legst eine weiße Leinwand her, hast rundherum die ganzen Malsachen, da wird da eher irgendwie Lust auch aufkommen, da jetzt dann was Neues drauf zu geben, als wenn du jetzt irgendwie, ich schaue gerade auf meinen Schreibtisch, dann denkt man, du sprichst jetzt gerade zu dir, Therese, aber bei mir geht es ja gerade erst los, ich. Also man kann, wenn man Ordnung gemacht hat, ist es oft einfach auch wieder leichter, so das Neue auch zu machen. Und das ist wie Basisarbeit. Es geht eben, wie gesagt, nicht nur im Sinne von ausmisten, entrümpeln und Dinge weggeben, sondern es ist auch so dieses Ordnungsschaffen, dass man dann wieder eine Freude hat, dass man Lust hat, da irgendwie eben auch Dinge anzugehen. Und das ist wirklich so auch die Einladung für dich. Setz dir mal hin, nimm da ein leeres Blatt Papier zur Hand und schreib dort einmal all die Gedanken nieder von den Dingen, die dir wichtig sind, wo du merkst, da hättest du richtig drauf Lust, das wären Dinge, die du gerne ins Leben noch bringen möchtest. und sammle einfach alle Ideen, alle Möglichen und Unmöglichen. Und ich sage bewusst Unmöglichen, weil sie sind möglich in dem Moment, wenn du sie denkst. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, dass es als unmöglich betrachtet wird. Wie ist denn das? Gerade in unserem Europa ist es tendenziell so, dass wenn da Ideen da sind, man jetzt nicht irgendwie dafür gefeiert wird und irgendwie, ja, noch zu motiviert, unterstützt wird und dann vielleicht auch noch Geld angeboten bekommt, und so nach dem Motto, ja, go for it, ich unterstütze dich und was brauchst du, was kann ich da tun? Ist das eine großartige Idee und genial? Das ist tendenziell mehr in Amerika, da kennt man das, der American Dream, ja. Und das ist aber genau das, was wichtig ist, dass du dem den Raum gibst und das kannst du einfach für dich machen. Ein leeres Blatt Papier. Was glaubst du, was ich bei meinen Morgenseiten da immer wieder auch schreibe und kreiere? Mein tägliches Schreiben ist für mich ein wunderbarer Ausdruck dessen, was in mir sich bewegt, wo ich mich sehe, nämlich jetzt und auch, was ich wichtig erachte in der Zukunft. Und das motiviert mich dann immer wieder aufs Neue. Ja, und der Alltag, der mag vielleicht so alle Tage Alltag gleich sein, aber mit Ick hast vielleicht auch mal die Idee und die Möglichkeit, da vielleicht mal was anderes zu tun. Da geht es nicht darum, irgendwie den Tag durchzuziehen. Ja, gerade bei, wenn die Ick-Qualität wirkt, so wie jetzt in dieser 13-Tageswelle, dann gehört das voll dazu, dass irgendwie auch irgendwie sehr, ja, spontan verändernd ist, ja. Und natürlich, wenn man jetzt da irgendwie an etwas festhalten möchte, dann wird es schwierig werden. Also, wenn du jetzt diese kommende Zeit oder diese Zeit von Ick erlebst als eine Zeit, wo du irgendwie merkst, ah, ich kann mich nicht fokussieren und irgendwie verzettelte ich mich und irgendwie die anderen Menschen halten mich auf. Ich habe das Gefühl, ich kann noch nicht weiter. und, aber ich mache das jetzt und ich muss das machen. Das hat nichts mit Leichtigkeit zu tun und ich sage nicht, dass du es nicht auch für dich dir wünschst, aber beobachtet das einfach. Sei da eingeladen, das zu beobachten, die Audios und dieses Hinweisen, auf welche Zeitqualität da einfach auch gerade ist und diese Impulse, die ab und an auch in der Telegram-Gruppe noch extra reinkommen. Also, falls du noch nicht in der Telegram-Gruppe bist, auch den Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Das ist wirklich dafür da, um da einmal mehr dich zu erinnern, dass du mit einem liebevollen Blick auf dich hinschauen darfst, wie es einfach vielleicht bis jetzt war und da braucht man nichts beschuldigen, da braucht man nichts bewerten, da braucht man nicht irgendwie schlimm mit uns selber sein, sondern vielmehr zu sagen, okay, und ab jetzt darf es anders sein und mit ich kommt auch ganz viel Qualität von Inspiration durch und es ist auch so eine Vielseitigkeit und dann gibt es auch Interessen, die dann vielleicht auch irgendwie einen Raum haben wollen. Also, es ist wirklich auch so die Einladung zur Offenheit, dem nachzugehen, was irgendwie dich neugierig macht, und vielleicht sprudelt es total und ist voll quirlig und es ist irgendwie so ganz viel Kommunikatives, was jetzt gerade sich anbietet. Und wie du es vielleicht auch kennst, in so einem Brainstorming, wo Menschen in einem Team, wo mehrere Menschen gemeinsam Ideen sich ausdenken und einander da irgendwie unterstützen, das ist immer wieder so mega cool, weil du einfach wirklich mehr rauskommst, als wenn du alleine in deinem stillen Kämmerchen sitzt und mit niemandem drüber redest. Und ja, zurückzukommend auf das Thema, dass es eben gerade auch in Österreich die Erfahrung auch für dich wahrscheinlich gibt, dass du irgendwie gedacht hast, das wäre cool und dann sagen, Like, bist du deppert? Sicher, voll der Blödsinn. Das musst du aber gut überlegen. Hast du dir das und das und das überlegt? Also, es ist ja sehr interessant, wie man dann irgendwie so im Außen entmündigt wird. Und die Frage ist, kannst du dich trotzdem als schöpferisches Wesen auch anerkennen und einfach für das gehen, was für dich stimmt? Und glaube mir, dann kommen tatsächlich auch Menschen in dein Umfeld, wo du genau diese Dinge auch besprechen kannst. Und das gibt es, dass Menschen auch für dich eine Begeisterung haben für diese Themen, die du bewegen willst, für das, was du ins Leben bringen magst. Und das ist, also ich kann sagen, es ist immer mehr und mehr geworden bei mir in den letzten zwei, drei Jahren und es ist wunderbar. Und warum sollte das jetzt nur für mich so sein? Weil du bist genauso ein wertvoller, wunderbarer Mensch und ich finde, das ist so eine schöne Möglichkeit, dort wo man sagt, der Herbst ist die Erntezeit. Wenn wir so hingehen, ist ja genau auch der Herbstbeginn in dieser Ickwelle drinnen, so der offizielle vom gregorianischen Kalender Herbstbeginn. Und wo ich dann sage, ja voll interessant, warum heißt Ernte irgendwie so, jetzt muss man da, man hat irgendwas gesät und dann kriegt man das. Ernte ist im Wald alles, was du auch tust, weil du kannst ja nur, auch wenn du deine Qualitäten, Fähigkeiten zum Ausdruck bringst, einmal mehr erkennen, was du eigentlich kannst. Und das ist dann auch ein Erntemoment, nämlich dieses Ernten und Ehren dieser Qualität, die du dem Leben auch beisteuerst. Und dafür darf man sich einfach auch wertschätzen. Und Dankbarkeit ist immer ein Schlüssel auch für das, dass das Leben für dich eine gute Basis aufbaut, damit es dann auch immer noch besser wird, damit du immer mehr auch Beitrag sein kannst, dich immer mehr entfaltest und das wirklich auch angstfrei und mit voller Freude und Lust auf das Leben. Und beschließen möchte ich diese Audio einfach auch mit dieser, ja, Aussage vom Thich Nhat Hanh, die ich einfach wunderbar schön finde und dich einlade, das so wirklich, wirklich auf dich wirken zu lassen und dich einmal mehr als der Mensch zu aktivieren, der du bist. Denn Du bist wundervoll, so wie du bist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Das, wonach du suchst, ist bereits da, in dir. Es liegt nicht außerhalb deiner selbst. Du bist bereits, was du werden möchtest. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Du musst daher nicht in die Zukunft gehen, um zu werden, was du sein willst. Alles, wonach du suchst, ist schon da, im Hier und Jetzt. Und in diesem Hier und Jetzt möge sich einmal mehr das entfalten, was du dir für dein Leben wünschst. Und gerade auch, wenn du so spürst, dass es für dich ein Thema ist, auch in deiner Beziehung mit deinem Partner, deiner Partnerin, da einfach auch wieder Belebung hineinzubringen, das ist wirklich auch so mein thematischer Fokus, falls du das eben noch nicht mitbekommen haben solltest. Da gibt es auch die Möglichkeit, ein Beziehungsglücksgespräch zu buchen. Ich gebe dir das auch unten rein in die Videobeschreibung als Link, weil ich einfach an das glaube, dass gerade wir Menschen voneinander, miteinander lernen, wir einen gegenüber, auch brauchen wir ein Resonanzfeld, der uns dann wirklich auch unterstützt. Und das ist etwas anderes, als klein zu machen. Und so hoffe ich, dass auch diese Audio, diese Ich-Botschaft, weiße Wind-Botschaft, dich unterstützt, dass ich dir in der Form dienlich sein durfte, konnte. Und wenn du auch den Impuls hast, dass es etwas ist, was einem anderen wertvoll sein kann, bitte dann zögere nicht. Sei in der Fülle, lebe in der Fülle und spüre einfach, wie schön das ist, dass du jemanden auch beschenken kannst mit so einer Nachricht. Leite das einfach auch weiter. Denn es gibt noch so viele Menschen, ich meine, dass das vielleicht auch für dich, also für mich ist das wirklich, natürlich eh voll logisch und voll klar und voll wertvoll und irgendwie teilbar. Und deswegen mache ich das, was ich mache. Und gleichzeitig habe ich auch schon die Momente gehabt, wo ich mich dann gewundert habe, ach so, die kennen das gar nicht. Aha, okay. Ja, weil man selber so drinnen ist. Und ich nehme mal an, dass du da auch viel mehr drinnen bist, als was du vielleicht glaubst. Und das wiederum, das ist wieder der Hinweis darum, dass du dich viel mehr anerkennen darfst und dann schon so viel für dich ermöglicht hast, wo du vielleicht gar nicht erkennen kannst. Das ist so auch noch die Einladung. Und deswegen teils gerne auch, aktiviere andere Menschen in ihrem So-Sein. Es darf wirklich mit jedem Menschen einmal mehr Samadur beitragen. Und ich sage danke, dass du Beitrag bist und was immer du da auch noch tun magst. Dein Sein als du macht in jedem Fall den größten Unterschied. In dem Sinne, eine wundervolle Zeit.